Bei ihm ist jedes Stück ein Unikat, von Hand gefertigt und mit viel Liebe zum Detail. Mit genau den Attributen versehen, die zu der einzelnen Figur passen. Josef Stöckbauer aus Hohenau im Bayerischen Wald ist Holzbildhauer. Seine Werkstatt betreibt er schon seit einem halben Jahrhundert. Vor genau 50 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Der Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Figuren-Schnitzerei. Zum Beispiel ist die letzte Figur, die ich gemacht habe. Da ist unten in der Krippen ein Backofen dabei gewesen. Und zum Backofen braucht man eine Bayerin, die mit dem Brot zu tun hat. Das ist jetzt die letzte Figur, die ich gemacht habe. Da habe ich dann eine Skizze gemacht. Zuerst einmal ein paar verschiedene. Zuerst so, so und so ist sie dann ausgeführt worden. Man macht immer eine Skizze, bis sie da ist. Eins, zwei, eins. Und da wird dann das Holz hergerichtet. Dann haben wir da so ein Stück Holz genommen. Und dann wird die Figur so rausgeschnitzt, wie es in etwa eine Skizze ist. Dann schaut sie in groben schon so aus. Das war jetzt die eine, so in groben. Er fertigt Krippenfiguren, kleine und große, je nach Auftrag. Jede Figur schnitzt er, wenn möglich, aus einem ganzen Stück Holz. Ohne maschinelle Unterstützung, nur von Hand. Der Stil einer kompletten Figurensammlung ist sehr individuell. Die Krippen werden so zum Teil auch an die Gegend angepasst. Also die, wo zum Beispiel für da ist. Aber man kann es auch verschiedentlich vermischen. Da soll die, wo direkt mehr unser Gebiet angepasst ist. Oder man kann auch andere dazugeben. Also so ganz rein ist es nicht. Aber manche machen es wieder so und die anderen so. Und dann von der Größe her, ich sage, kommt auch wieder darauf an, wie es jemand will. Kleine Krippenfiguren oder größere. Bis 60, ich glaube schon, bis 80 cm groß. Vier Kirchen. Meistens werden so mit 12, 15 cm verlangt. Oder wie das 25 cm. Ein Projekt, auf das er besonders stolz ist, ist die Krippe in der Hohenauer Pfarrkirche. Rund 26 cm sind die Figuren groß und alle 25 hat er angefertigt. In jeder einzelnen Figur steckt zwei bis fünf Wochen Arbeit, je nach Aufwand und Gestaltung. Die Figuren sind da vor mehreren Jahren gemacht worden. Weil die haben wir zuerst früher selber in der Wohnung gehabt. Und da ist schon so die 90er Jahre weg immer wieder eine Figur dazu gemacht worden. Und jetzt, seit voriges Jahr, gehen wir zur Kirche. Und jetzt kann man es rein richtig aufstellen. Daheim haben ja die Figuren nur ohne Stahl gehabt. Und die sind, wie gesagt, die Figuren sind schon, würde man sagen, die letzten 20 Jahre gemacht worden. Immer wieder eine Figur dazu. Die Krippenfiguren in der Hohenauer Pfarrkirche werden aber nicht das letzte Projekt für den leidenschaftlichen Holzbildhauer sein. Noch in diesem Jahr beginnt er mit einer weiteren Figurensammlung. Seine schlichten, weitlerischen und genau dadurch besonderen Figuren erwecken die Krippen zum Leben.